Mal Zeit. Mal sie dir selber, Alter. Hä? Ja was? Bist du wieder freundlich? Na und? Mal was anderes? Was? Schon gestaubsaugt? Wer? Ich? Ja, du. Mach deinen Scheiß selber, du Vogel. Warum ich? Na halt so. Nö, das macht jetzt der Staubsaugroberer. Wer? Der Staubsaugroberer. Kenn ich nicht. Siehst du mal? Hm. Nerv nicht und geh Staubsaugen. Okay, noch einmal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.